Die sollen Wärmstein worden sein, und bei den Schwarzen sollen sie Dunkelstein sein. Wollt ihr gefilmt werden? Gab es dir auch mal eine Zeit lang, wo man die Rute gekappt hat? Nein, ich wollte einmal ziehen. Besonderlicherweise. Ja, außer der weißen Feldhaus, bei dem alles wirklich rein wird beim Bündnis. Und früher habe ich gelesen, sind die neben Kutschen hergegangen? Haben die Kutschen bewacht, ja? Kutschen begleitet. Ja, begleitet. Und daher stammt auch noch, dass der Dalmatyna um ein Fähnlisch gezeichnet wird, weil man früher auch nicht erkannt hat, dass es in der Dalmatyna-Population, wenn man nicht darauf achtet, doch einen ganzen Teil Tauber ist. Und die konnten das natürlich nicht fragen, weil sie einem Hund nicht gehört haben. Deshalb werden die Welpen auch alle automatisch zu suchen. Du bist ja ganz oft bei unserem Lieblingstierarzt, da müssen wir schon öfter hin als mit Molly mal, ne? Eigentlich brauchen die Hunde nicht zum Tierarzt. Oh, das ist einer hingekollert. Oh, das ist einer hingekollert. Oh, Puppe! Oh, Puppe! Oh, Puppe! Oh, Puppe! Oh, Puppe! Weg! Wir bleiben hier! Das ist der Vater. Das ist Clown! Freund! Du hast keine Angst haben wollen! Das ist nur jetzt schnell, weil alles anders... Aber da siehst du mal, wie groß der wird. Ein Rüdel. Jack! Jack ist ein besonderes Kaliber, das muss man dazu sagen, ja, du musst dich hier nicht verfolgen, wir pinkeln. Er ist besonders kräftig, oder? Ja, er hat ein besonderes Kaliber. Jack, die bleibt da. Aber es kann sich ja auch übertragen. Ja, ist was Besonderes. Mein Freund, mein Freund. Jack? Jack? Er ist der Chef. Ist gut, Jack. Ist gut, Jack. Hier, hier, das hat man uns doch schön gesehen, ne? Ich mach's da rein! Mach's da bitte rein! Jetzt ist Schluss! Nicht mit ihm rein, Philipp. Nein, er soll sich jetzt nicht nochmal dreckig machen. Das war jetzt nichts in der Sache. Einfangen! Einfangen! Das war jetzt schön. Komm her, Jette! Ja! Einfangen, Philipp! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020